Hast du schon gehört? Der Rapper Blumio droppt eine kranke Imitation von Capital Bra und Haftbefehl. Wer den Lidl Rapper gefeiert hat, wird bei Blumio Augen machen, denn dieser setzt nochmal ganz neue Maßstäbe im Bereich Imitation. Aber auch Haftbefehl kann Blumio perfekt imitieren. Wie viel von 10 für Blumios Imitation? Schreib's in die Comments. Den kompletten Track checkst du auf clickboomentertainment.de. Den Link findest du in der Bio.